Montagabend ist es in Wien-Landstraße zu einem Vega-Einsatz gekommen. Mehrere Passanten hatten Jugendliche beobachtet, wie sie mit Waffen hantierten. Aufmerksame Zeugen alarmierten sofort die Polizei, nachdem sie die Jugendlichen gegen 19.30 Uhr mitten im Park in der Schnirchgasse mit einer Waffe gesehen hatten. Es folgte ein Großaufgebot an Einsatzkräften, sogar die Vega rückte an. Vor Ort konnten dann zwei 17-Jährige sowie ein 14-Jähriger angetroffen werden. Bei den vermeintlichen Waffen handelte es sich jedoch um Spielzeugwaffen. Sie wurden dennoch sichergestellt. Laut Polizei seien die Spielzeugwaffen aus der Entfernung nicht von echten Schusswaffen zu unterscheiden gewesen. Die drei Jugendlichen wurden wegen Ordnungsstörung angezeigt.